Es ist ein kurioser Fall, der die Polizei derzeit im Oberland beschäftigt und der doch dem ein oder der anderen Weihnachten ordentlich vermiesen könnte. Bei Mötz und Zierl sind hunderte Amazon-Pakete im Wald gefunden worden, allesamt leer. Ermittelt wird jetzt wegen Diebstahls. Das dürfte an wesentlich weniger Geschenken unter den Christbäumen aber auch nichts mehr ändern. Reihe an Reihe sind derzeit die aufgerissenen Pakete und damit Beweisstücke in einem Lagerraum der Polizei aufbewahrt. Spaziergänger haben einen großen Teil davon gestern jeweils in Waldstücken bei Mötz unweit der Wallfahrtskirche Locherboden und hier am Zierlerberg verstreut und bereits leer in Gebüschen gefunden. Schon einmal sind darüber hinaus im November solche Paketreste ebenfalls am Zierlerberg entdeckt worden. In Summe kommt also schon einiges zusammen und auch was da eigentlich von A nach B geliefert hätte werden sollen, ist mittlerweile klarer. Es sind insgesamt an diesen drei Datorten 200 Pakete aufgefunden worden. Erhebungen bis dato auch mal ergeben, dass es sich großteils um Elektrogeräte handelt wie Smartphones, Smartwatches, Elektrorassierer. Man kann davon ausgehen, dass es einen Warenwert von ca. 15.000 Euro hat. Anhand der Adressen lässt sich auch nachvollziehen, wohin die Pakete unterwegs waren, bevor sie geleert und entsorgt worden sind. Man kann aus unserer Sicht, aus derzeitem Stand sagen, dass es sich großteils um Paketsendungen in Richtung Italien gehandelt hat, haben durfte. Aber es waren auch Paketsendungen für den Bereich Deutschland und Österreich bestimmt, gar im Großraum Berlin, Wien kann man so weiter zu sagen. Von der Polizeiseite aus, wir seien dabei, die Adressaten aufzulisten, ausfindig zu machen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Pakete direkt von dem Versandhandel zwischen zwei europäischen Standorten transportiert werden hätten sollen. Dazu läuft die genauere Abklärung. Weitere Hinweise und Beobachtungen rund um die Fundorte nimmt die Polizei entgegen.